Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Im letzten Part haben wir Juna Leska besiegt und herausgefunden, dass Iron eigentlich leiblos ist. Und heute wollen wir... ... wieder raus aus diesem... Tempel. Bisschenweise erst mal weg von Senne erkennt auch. Und ja. Damit zu gehen wir hier lang, hier lang, hier lang. Und natürlich auch da. Also wir gehen immer zum roten Pfeil hier. Links. So. So. Hä? Ja, muss stehen und machen mal mein Headset aus. So. Dad? Ich weiß. Die letzte Summonung ist weg. Aber ich denke an etwas. Just... ... gib mir ein bisschen mehr Zeit. In's... Wie kommt das immer wieder? Ich verstehe! Ich hoffe, ich will jetzt nicht sein! Ich muss ihn nicht sein. Ich habe keine Zeit, das nicht mehr Zeit. Ich gebe es nur noch. Das ist nichts mehr Zeit. Die Zeitpunkt... Die Zeitpunkt ist mir leicht. Das ist schon ganz schön. ... wie schnell an die Zeitpunkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Two things I'm bad at Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, willkommen zum theoretisch optionalen Teil. Wir müssen jetzt einfach bloß sitzen und ja, manchmal... Ja, warte, bis du denkst! Ja. Wir müssen sitzen. Okay. So viel für die finalen Aeons, die wir jetzt... Ja. Pech, Vater. Du musst das in. Und... Nein, wir gehen zurück zum Sprechpunkt und beenden diese Party heute mit 5 Minuten. Wir können sie auch zum Flugschiff, aber da wir ja im Flugschiff sind. Ähm. Warum das nicht? und wir überschreiben einfach mal die Datei und ich melde mich nach für euch ist es eigentlich denke ich mal schon nach Silvestre und ich melde mich wieder wenn ich halt wieder Lust habe oder so ist dann, haut rein Leute